Hallo, hier ist wieder Ihre CDU Münzenberg. Bürgerbeteiligung ist ein wichtiges Thema. Wir haben schon letztes Jahr begonnen, mit Ihnen in den Dialog zu kommen, durch unsere Videobotschaften, durch den Newsletter und natürlich auch durch unsere Veranstaltungen, die natürlich aufgrund der Covid-Situation schwierig sind durchzuführen. Aber wir sind jetzt ja als Online-Medium gewechselt, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wichtig ist uns, dass dies nicht nur bis zum 14. März stattfindet, bis zur Kommunalwahl, sondern wir haben ein Konzept entwickelt, um auch weiterhin mit Ihnen im Gespräch zu bleiben. Diese Botschaften wird es auch weiterhin geben. Wir werden weiterhin Online-Veranstaltungen anbieten und natürlich auch Präsenzveranstaltungen. Und ab der nächsten Wahlperiode wird vor jeder Fraktionssitzung der CDU Münzenberg eine Stunde vorher eine offene Fraktion stattfinden. Sprich, Sie als Bürgerinnen und Bürger können auf uns zukommen, können mit uns das Gespräch suchen, ob jetzt digital oder vor Ort. Wir möchten mit Ihnen weiterhin im Gespräch sein. Wir möchten für Ihre Probleme ein offenes Ohr haben und möchten am Puls der Zeit sein. Das bieten wir Ihnen an. Wir können es anbieten. Nutzen Sie es. Wir freuen uns. Kontaktieren Sie uns. Wir wollen Politik für Sie machen und nicht Politik um den Selbstzweck willen. Ein zweiter Punkt ist uns auch aufgefallen. Die Startpfortenversammlungen und Ausschusssitzungen sind öffentlich. Einladungen sind natürlich auf Homepage bzw. in unserem Bekantmachungsorgan die Putzbacher Zeitung eingestellt. Aber wir sind der Meinung, dass auch die Anträge, Anfragen der Fraktionen, die Vorlagen, die Öffentlichen, des Magistrates, alles was geht, Ihnen auch im Vorhinein zur Verfügung gestellt wird, um auch in den Veranstaltungen folgen zu können und auch zu erkennen, dass es interessant ist, auf eine Stadtverordnetenversammlung oder Ausschusssitzung zu gehen, um zu wissen, was dort der Inhalt ist und nicht nur die Überschriften aus den Einladungen. Dazu wird die CDU-Fraktion noch in der kommenden Stadtverordnetenversammlung einen Antrag stellen, um damit noch mehr Transparenz in die städtische Politik zu bringen. Sie sehen, uns ist es ganz wichtig, für Sie da zu sein. Seien Sie für uns da, gehen Sie wählen, machen Sie Briefwahl, denn wählen ist das höchste Gut einer Demokratie und wir vor Ort können gestalten, gemeinsam mit uns Fümmelsenberg, Ihrer CDU.